So, willkommen liebe Freunde bei Overspeed oder LASR. Und ja, wie man sieht ist das Spiel jetzt auch in 16 zu 9. Zwar werden noch ein paar Spiele kommen, die nicht in 16 zu 9 sind. Ich versuche das jetzt standardmäßig zu machen, weil bei den einen Videos ist ja alles schwarze Balken rechts links. Und ja, wir versuchen uns erstmal wieder an Teile drange zu kommen. Sonst losen wir nämlich im zweiten Gebiet nämlich wieder ab. Da unser Grip schlecht ist... Boah... Eieieieiei... Sehr schlecht sogar. Ich hab's schon lange nicht mal gespielt, hab ich's Gefühl. Wir brauchen erstmal wieder mehr Grip. Weh! 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 Früher auf die Bremse, denn das ist lebenswichtig in dem Spiel hier, die Steuerung ist wirklich genial. Also hier ist nichts wie, ich habe es schon mal erwähnt, aber naja, es ist wirklich nicht so einfach. Stellt euch das ja nicht so einfach vor das Spiel. Also es ist wirklich fair. Die Autos rutschen am Anfang wirklich weg. Richtig geil. Leider ist kein Nachfolger gekommen. Schade eigentlich. Und immerher mit den Teilen. Wir machen jetzt mal wasch. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Junge, die Karre trifft den Talon. Das ist ja Wahnsinn, oder? Und ein Bremsweg von Weißer Geier, geschätzten Kilometer. Ohohohoho. Und yo. Ein schöner trifft, aber das ist gefährlich. Ohohohoho. Und yo. Ein schöner trifft, aber das ist gefährlich. Ohohohoho. Ein bisschen trifften, trifften. Wow. So, wir bauen erstmal die Teile ein. Mal gucken, ob wir eine Verbesserung merken. So, wir haben neue Reifen. Und ein bisschen Handling, ja. Und... ok. Dann lass ich es rausgepacken. Gar nichts, ne? Doch. Aber nicht wirklich viel. Ah, wir sind ja bald wieder aus dem Gebiet draußen. Oh, ich will keine Aufkleber. Ich will... Teile. So, erstmal Nitro, 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 Nitro. So, mal werden die ja auch jetzt immer stärker. Oder... oder ich war irgendwie beschissener, kann das sein? Ohohoho. Ja, wir machen das immer so. Ja, aber die Teile sind immer los. Aber irgendwie fahre ich jetzt nur hier einiges zurecht. Oh, unser Rad ist kaputt. Das ist... Ich habe es aber schon lange nicht mehr gespielt. Das ist auch wieder ein... Problem. Ja, unser Auto zieht nach links. Die Teile sind immer los. Sind immer los, kann man nicht ändern. Ja. Ach, die Schnauze. Und die ersten Teile mal verloren. Können wir nix. In Ordnung. In Ordnung. Du bist dran. Hm. Drei, zwei, eins, los. Ja, ja, ja. Das ist mein Auto, du. Du dummer, dimmlicher Depp. Ich fahre jetzt mal mit der Kamera hier. Ja. 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 Ja, das ist echt super. Ja. Ja, das ist einfach. Ah ja, entweder bin ich schlecht oder ich hab's nicht mehr drauf. Weg, da weg. Und die Teile können wir noch grade so retten. Ja, dann könnte ich mich ein bisschen ärgern. Wir hatten, ja, ein Handling-Upgrade. Naja, haben wir das in der nächsten Folge. Bis gleich.